Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal möchte ich euch meine Variante der Knuspermesser von Claudia zeigen. Zu meiner Lebkuchenseife füge ich jedes Mal Honig hinzu, in diesem Fall 100 Gramm. Das ist aber eine persönliche Vorliebe und ihr könnt die Häuser natürlich auch ohne den Honig machen. Um einen schönen Braunton zu erreichen, habe ich ungesüßtes Kakaopulver mit etwas Wasser vermischt. Als Duft habe ich natürlich passend Lebkuchenduft ausgesucht. Die Vorbereitungen am ersten Tag belaufen sich lediglich auf das Herstellen des Limes und das Einfüllen in eine Blockform. Dann wartet man bis zum nächsten Tag und kann den Block dann aufschneiden. Von jedem Stück schneide ich nun oben zwei Ecken ab, um die Form eines Hauses zu erreichen. Die Ecken lege ich mir beiseite und verwende sie später weiter. Den nächsten Tag beginne ich, indem ich mir einen komplett weißen Leim herstelle. Mit diesem befülle ich einen Spritzbeutel und schneide davon nur eine winzige Ecke ab, um damit die Verzierungen auf den Häusern anzubringen. Mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 Am Dach befestige ich jetzt noch kleine goldene Sterne aus Transparenzseife, diese habe ich mit einem Plunge Cutter im Voraus ausgestochen. Nun schneide ich die Eckstücke von vorher so zurecht, dass ich für jedes Häuschen einen passenden Schornstein erhalte. Die Öffnung vom Spritzbeutel habe ich etwas vergrößert und kann damit jetzt den Schnee auf den Haustöchern anbringen. Nun wird der sofort zurechtgeschnittene Schornstein einfach hineingedrückt. Und anschließend ebenfalls mit etwas Spritzmasse bedeckt. Für die weiteren Dekorationen verwende ich jetzt nur noch Zuckersträuse, die man in jedem Supermarkt bekommen sollte. Damit die Streuse besseren Halt haben, ruge ich sie teilweise noch mit einem Zahnschauer an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier seht ihr nun mein Endergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank an Claudia, dass ich ihre Idee verfilmen durfte. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn ich wieder eine eigene Idee von mir verfilme.